Viele Mythen und Legenden ranken sich um den Vollmond. Menschen fangen angeblich an zu schlafwandeln und so mancher verwandelt sich in einen Wehrwolf. Aber während viele Gruselgeschichten jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehren, sind einige Effekte gut nachweisbar. Darunter sind auch einige seltsame Einflüsse auf deine Katze. Und die sehen wir uns jetzt an. Obwohl die Gründe dafür wissenschaftlich bislang nicht hergeleitet werden konnten, kann doch nachgewiesen werden, dass die Tierwelt stark von den Mondphasen beeinflusst wird und insbesondere bei Vollmond so manche Katze verrückt zu werden scheint. Aber wie äußert sich das? Pinkeln neben das Klo Das tun bei weitem nicht alle Katzen. Aber wenn deine Katze mal neben das Klo macht und du dir nicht erklären kannst, woher das kommt, weil sie eigentlich stubenrein ist, lohnt sich vielleicht ein Blick auf den aktuellen Mondstand. Das Phänomen des Markierens neben dem Klo ist um den Vollmond herum nämlich öfter zu beobachten als sonst. Nächtliches Miauen So manche Mieze fängt nachts plötzlich an zu miauen, wenn sich der Vollmond nähert. Wenn du selbst bei Vollmond abends Probleme mit dem Einschlafen hast, kann es natürlich unerfreulich sein, wenn du dann auch noch nachts wieder geweckt wirst. Verstärkter Sexualtrieb Insbesondere wenn Freigängerkatzen nicht kastriert sind, kann der Sexualtrieb in Vollmondnächten besonders ausgeprägt sein. Gut möglich also, dass es deine Mieze mehr nach draußen zieht und sie sich auf die Suche nach einem andersgeschlechtlichen Artgenossen machen will. Erhöhte Aktivität Auch neben der Sexualität sind Katzen bei Vollmond häufig unruhiger, aktiver und Freigänger länger und weiter unterwegs als in anderen Nächten. Vermehrte Revierkämpfe Auch das Gemüt der Miezen scheint vom Vollmond beeinflusst zu werden. Revierkämpfe und andere Streitigkeiten nehmen bei Katzen bei Vollmond zu. Ob das vielleicht einfach eine Folge des verstärkten Sexualtriebs und damit einhergehend mit dem Konfliktpotenzial bei der Partnersuche ist, ist schwer zu sagen. Der Mond ist ein wirklich spannendes Thema und es gibt bereits viele wissenschaftliche Abhandlungen dazu, die Zusammenhänge zwischen dem Mond sowie der Tier- und Pflanzenwelt, aber auch dem Menschen beobachten. Allerdings sind wir hier noch sehr weit am Anfang, was die offiziellen Erkenntnisse angeht. Gut möglich also, dass auch das Verhalten des Besitzes sich auf die Vierbeiner überträgt, wenn diese sich selbst, bewusst oder unterbewusst von ihrem Wissen über die Mondphasen beeinflussen lassen. Auch gut möglich, dass Katzen, die nie in freier Wildbahn unterwegs waren, wesentlich weniger von den Mondphasen beeinflusst werden als Katzen, die Freigänger sind oder solche, die vielleicht auf der Straße oder in der Natur geboren wurden. Interessant ist es aber doch allemal und wenn du das nächste Mal eine Verhaltensauffälligkeit bei deiner Mieze feststellst oder das Gefühl hast, dass sie noch ein bisschen mehr spinnt als sonst, wer weiß, vielleicht hat hier ja der Mond seine Finger im Spiel. Mindestens genauso spannend wie der Vollmond ist übrigens die Frage, warum Katzen so gut für unsere psychische Gesundheit sind. Klick auf das Bild dazu, um dir unser Video zu diesem Thema anzusehen. Und wenn dich interessiert, was Katzen träumen, dann haben wir auch dazu ein richtig spannendes Video für dich.